Dieses zu erwerbende 4-Zimmer-Reihen-Mitte-Haus liegt im Kreis Viersen. Das im Jahr 2018 erbaute Haus wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 144 m² bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 140 m². Das Haus hat einen Kaufpreis von 283.800 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.